Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wir packen gerade. Wir fahren jetzt gleich los nach München. Hier seht ihr, unsere Koffer liegen dort. Die werden gerade gepackt. Und ja, wir freuen uns auf ein Wochenende in München, jetzt zur Weihnachtszeit. Sind gespannt, wollen uns Weihnachtsmärkte angucken und nehmen euch dabei mit. Eigentlich wollten wir tatsächlich gar nicht mit dem Auto dorthin fahren, sondern hatten uns Zugtickets gebucht. Wir fahren tatsächlich nicht so oft mit dem Zug irgendwo hin, aber diesmal hätte es sich wirklich gut angeboten. Und dann hätten wir auch keinen teuren Parkplatz in München zahlen müssen. Aber so wie es halt immer so ist, streikt die Bahn ausgerechnet heute. Und deswegen fahren wir jetzt dann doch mit dem Auto. Ist ein bisschen nervig, aber zum Glück haben wir die Option. Und dann nehmen wir euch jetzt mit und freuen uns, euch München in der Weihnachtszeit zu zeigen. So, nach einer langen Autofahrt und dann noch ungefähr 25 Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von unserem Parkhaus aus, sind wir jetzt im Hotel angekommen. Wir sind hier im 25 Hotel The Royal Bavarian, direkt am Hauptbahnhof gelegen und direkt im Zentrum der Stadt. Von hier aus kann man dann super gut ab morgen die Weihnachtsmärkte angucken. Das werden wir dann morgen auch in Ruhe machen und euch da mitnehmen. Jetzt holen wir uns erstmal kurz aus und gehen noch was schönes essen später. Und genau, kommen wir jetzt erstmal hier in Ruhe an. Ich zeige euch mal das Zimmer. Ist auf jeden Fall super gemütlich. Wir fühlen uns total wohl hier. Ich zeige euch mal das Zimmer. So, wir laufen jetzt vom Hauptbahnhof durch die Innenstadt zum Restaurant beim Sedlmaier. Da gehen wir heute Abend essen und freuen uns schon auf ganz traditionelle bayerische Kost und zeigen euch die Eindrücke von dort. Beim Sedlmaier wollten wir unbedingt essen gehen, weil wir das Restaurant bei Kitchen Impossible gesehen haben. Und es war wirklich ein sehr, sehr leckeres Essen. Nach dem Abendessen kann man übrigens auch prima den Abend in der Hotelbar ausklingen lassen. Und wer es nicht als zweit haben möchte zum Abendessen, kann auch im leckeren Restaurant Neni im Hotel essen gehen. Guten Morgen aus München. Wir haben gut geschlafen und freuen uns jetzt auf einen spannenden Tag in der Stadt, wo wir euch mitnehmen. Auch zu verschiedenen Weihnachtsmärkten und ja, was wir sonst noch so alles entdecken werden. Wir gehen jetzt kurz frühstücken im Hotel, um uns ein bisschen zu stärken und zeigen euch auch davon die Eindrücke. So, wir sind es mit dem Bus. Wir sind jetzt ein paar Stationen gefahren und sind jetzt am Weihnachtsmarkt am chinesischen Turm, den schauen wir uns jetzt zu allererst an. Wir müssen jetzt mal die Questions auf unsagелern. Wir sind acht. Wir sind heute mit einer Hotelbundin. Wir sind für eine Hotelbundin. Der Weihnachtsmarkt am chinesischen Turm liegt wirklich sehr idyllisch im englischen Garten und es gibt viele kulinarische Köstlichkeiten, außerdem ja auch eine Eisstockbahn, wo auf jeden Fall auch Kinder viel Spaß haben. Und ja, hier findet man auf jeden Fall eine sehr abwechslungsreiche und angenehme idyllische Atmosphäre. So, der Weihnachtsmarkt am chinesischen Turm ist wirklich sehr gemütlich und sehr schön angelegt. Da sind wir jetzt drüber gelaufen und wir wollen jetzt das gute Wetter noch ein bisschen nutzen und laufen jetzt eine Viertelstunde ungefähr durch den englischen Garten und von da aus geht es dann weiter. So, wir sind jetzt hier an der Eisbachwelle und hier kann man beobachten, wie manche mutige Surfen gehen, mitten in der Stadt. Wirklich sehr cool. So, wir sind jetzt hier. So, der nächste Stopp ist das Weihnachtsstopp in der Residenz und den schauen wir uns jetzt gleich mal an. Hier ist auf jeden Fall nochmal deutlich mehr los, aber ist ja auch direkt hier im Zentrum von München. So, wir sind jetzt am Münchner Christkindlmarkt am Marienplatz und hier ist einiges los. Das war es auch schon die letzten Tage, als wir hier auch schon vorbeigekommen sind. Und das ist aber auch einfach wunderschön. Wir haben natürlich jetzt auch grandioses Wetter. Hier seht ihr blauer Himmel. Richtig, richtig schön. Und genau, jetzt laufen wir hier ein bisschen lang, trinken einen Glühwein und lassen es uns ein bisschen gut gehen. Hier sind wir jetzt noch mit der Und dort finden wir einen Stand mit extrem leckeren Quarkbällchen, die so lecker sind, dass wir sie auf jeden Fall auch noch ein zweites Mal kaufen. Total fluffig, das müsst ihr unbedingt probieren. Das ist das Sendlinger Tor, das seht ihr hinter mir. Da ist auch ein kleiner Mini-Weihnachtsmarkt mit ein paar Ständen. Ganz süß auf alle Fälle. Und wir haben heute auch wieder Glück mit dem Wetter. Der Grimmel ist blau. Richtig schön. Musik 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 Und dann haben wir die Chance, den Krampuslauf live mitzuerleben. Musik 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 So, wir sind jetzt auf die Theresienwiesen gefahren und sind jetzt hier am Tollwood Winterfestival und hier ist auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Stimmung als auf den Weihnachtsmärkten der Innenstadt. Es lohnt sich hier vorbei zu kommen. Hier gibt es richtig coole Stände und internationales Essen und ja, hat alles so ein bisschen Festivalatmosphäre. Musik 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, das waren sie nun, unsere Eindrücke der verschiedenen Weihnachtsmärkte in München. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Gebt ihm gerne einen Daumen nach oben und lasst auch ein Abo da. Und dann wünschen wir euch auch ganz viel Spaß in München auf den wunderschönen Weihnachtsmärkten in der Münchner Weihnachtszeit.